Letztes Mal geil gewesen, ne? Ja. Aber weil ich zumindest mit Deffen Texas eine Chance habe, irgendwas zu gewinnen. Von meinem eigenen Deck, nicht wegen so einem Proxy-Scheiß. Nichts für ungut. Tch! Naja, mir fehlt ja nicht mehr alles. Ja, mir ist auch die mega toll. Für den neuen Karakas. So ein bisschen Sideboard-Tech. Tch! Du fängst an, denk ich, ne? Mit zwei Wastelands. Jetzt aber! Machen wir eine dritte Runde fit! Tch! Ja! Tch! Ja! Bitte! War zwar eigentlich lustig, aber anfällig. Wasteland anfällig. Naja, ich hatte zwei Wastelands noch verstanden. Ah siehste, da wäre ich hinüber gewesen. Wobei, wenn du einen Ohrbox spielst, kommt mir das natürlich entgegen. Ja, richtig. Ach stimmt, dann hättest du dann vielleicht gar nicht so schnell gewastet. Da wäre ich nicht so schnell gewastet. Da hätte ich die Hand sogar halten können, Mensch. Sag das doch eher. Wäre ich top zufrieden gewesen. Zwei. Sechs. Jo, keep. Ja. Go Fold. Ja. Giff. Kompenspetsch schön aus der vierten Edition das schwammt mir nix Gutes boah 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 Puh vorziehs ja erste Runde drei Schaden für mich mhm mhm Spinning Darkness geil ne Interessante Hand Interessante Hand auf jeden Fall ja die geht ich auch eigentlich gar nix an ja ich meine tatsächlich ja eigentlich andererseits Odyssealander sind übrigens die geilsten sind auch cool da finde ich die Wälder auch sehr sehr schön ich sag mal Onslaught auch gut ja das ist echt kacke da kann ich die ganze Zeit stallen kannst mir alles abschießen wenn Abyss am Start hat ist vorbei Abyss ja krass krass ja das shit soll ich offenspielen das shit soll ich offenspielen oder merkst du dir ne krieg ich hin ne ja ok hm hm bitte bitte ja go 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 Ja, Wasteland. DCI Schwarz-Weiß Edition. Extirpate of innocent blood. Such mal raus. Ja, ist noch eins drin, ne? Vorbei der Spaß. Kann passieren. Na, wer ist top? Du weißt, wer uns rausschmeißen ist auch nicht verkehrt gewesen, oder? 10 Kohl. Koste allerdings 2. Aber 10 Kohl ist natürlich... Na, wo ist er? Ja. Das ist geil, die Karte. What the f***ing? Ja. Nein, das ist okay. Exalt. Yes, we are. Boah. Hast du End of Term gespielt? Bitte? End of Term. Oder warst du dran? Ich bin dran. Ja, in deinem Zug hast du die gespielt. Ja, ja. Okay. Und go. Und go. Und go, sagt er. Draw. Ja. Inquisition, bitte. Ja, dann such dir mal was aus. Ach, du ahnst es nicht. Ja. Schamane. Absolut. Yeah. Go. Schamane. Ja. 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 Opponent choosest du Karte, Edwende, ne? Mhm. Spinning Darkness. Ja. Ja. 1, 2 würde ich sagen. Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, oder gerade und gerade. Ja. 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 Die? Boah! Peng! Fuck you! Go! Ui. Jetzt und. Golf. Überleg ich gerade. Ja, weiß ich nicht. Ich hätte für dich Enchantment sogar. Sorcery, Land. Ich hab Instant Kreatur und Land. 5, ne? Ja. Keine Trugel. Sorcery, Land. Bitte. Bezauberung. Go! Oh ja. Auf dich Spring Darkness. Ja. Und da. Ja. Auf dich Spring Darkness. Oh ja. Oh ja. Definitiv. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Dat ist richtig. Handkarten, Inquisition, trifft, dann 2 auf den Woos, Spinning Darkness, und Go. Westland, Westland, Mistetar ist begangen, 5, 6 hat er, ja, 5, 6. Mm-hmm. Wir nehmen uns eine Premiere. Schamann. Die Antwort auf... Also, wer kommt rein? Sagen wir End of Turn. Ja. Deswegen die Daten ist auf ihn. Ja. Draw. Perish von oben, yes! Okay. So schön ist die Euphorie. Ja, man muss ja mal ein bisschen Action reinbringen. So ein Pox der ist nicht gerade dafür berühmt, der das großartig Action aufs Feld bringt. Ich glaube, die hier hole ich mir. Warst du Odyssee Sümpfe? Ja, ich hätte auch gern so ein einheitliches Arbeiten. Ja, bring ich dir auch mit. Ja. Ist auch ganz gut, wenn man deine Hand zieht. Go. Draw. Ja. Ja. Äh, ist jetzt ein bisschen awkward. Okay. Spirit Podcast. Go. Ja. Das gammelt ja auf der Hand rum. Mungo. Absolut. Ähm. Meine Güte. Ja komm. Ist doch lecker jetzt. Ja, tapp dich aus. Zieh dich aus. Schau mal an. Okay. End of turn. Spinning Darkness. Ja. Auf den Typen. Ja. Draw. Ja. Ich bekomme 3 Leben, oder? Wer? Ich bekomme 3 Leben, ja. Absolut. Stimmt. Äh, auf dich. Woborg. Ja. Ja. Ähm. Ja, will ich da tun, warum du da liegen hast. Eigentlich nicht, ne? Mhm. Mach mal go. Ja. Du bist ja auch topdeck. Yes, yes, ja. Yes, yes, ja. Yes, yes, ja. Mashlets. Okay. Nützt mir alles nicht. Das Bild freut sich. Ich block gerne. Ja eben. Gute, dass er wieder kommt. Ja, go. Ach, was mach ich denn da nicht? Ich glaube, ich hab Grenzwert. Ja. Das ist eine Möglichkeit. Ja. Bitteschön. Ja. Auf dich. Und sage Dark Mitchell. Yes. Neh mich. Ja, mach. Go. Ja. Okay. Das ist schlecht. Was denn? Ne mach. Achso. Auf dich, danke schön. Ja. Ja. Oh scheiße. Hast du das jetzt auch gemerkt? Ja, ja, hab ich gemerkt. Okay. Die Chance besteht ja noch. Go. Draw. So, jetzt. Ja. War Gritual? Äh, was haben wir denn hier? Mischra auf dich? Ja. Also dann nochmal 4, insgesamt. Ja. Go. Jupp. So, jetzt komm, bitte. Tja. Ha, verstehe ich. Hm. Weiß einfach. Ja, bringt mir auch nichts. Ist lethal auf jeden Fall. Wieso? Ne, ist nicht lethal. Menschen Lanzi ist lethal. Dann kann ich ihn nämlich verwandeln und kann 6 durchdrücken. Beziehungsweise ihn einblockt. 9,6. Jupp. Ist wohl game, glaub ich. Soll ich noch machen, oder? Ja. Mach wohl. Uff. Ich weiß nicht, ob ich dich jetzt schon tot bekommen. Hm. Auf dich, perish. Hm. Bist du auf 3? Ja, jetzt kriegst du mich erst recht. Ne. Wie denn? Man hat zu wenig. Ich tippste eh nicht im nächsten Zug. Achso. Ja, ja. Soll das? Ich tippste eh nicht im nächsten Zug, insofern. Ja. Ja, machen wir das dann nochmal. Ja. Guck. Tja, Top Deck enttäuscht mich. Ja, das war's. Ja? Ja, ich hatte jetzt auf, ähm, Meltzer im Palz gehofft. Ja, ja. Ich hab auch die ganze Zeit gedacht, legst du die zweite Scroll, weil wenn du im Palz kommt, sind sie beide weg. Mhm. Aber... Das ist echt ärgerlich. Ja, jetzt sag ich den Hamburgers. Cool.